Ja, bäm bäm! Ich bin der Chris Egal. Was willst du jetzt da oben? Da werden wir hingeschickt von der Quest aus. Jetzt müssen wir eine Art der Fakten sammeln. Können die sich nicht entscheiden, dass wir sowas machen müssen, wenn wir schon oben sind? Und während wir noch oben sind? Du musst nach links. Du hättest nach links gemusst. Dann macht er sich schon eine Markierung und kriegt es trotzdem nicht mit, wo er hin muss. Aua! 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 Huch! 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 Hier sind noch mehr! Hier nehme ich gerade alles mit. Tü 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 tü. Ja, guck mal, das krieg ich alles ab. Weil ich es nicht aufsetzen kann. Nein! Hier blinkt was. Gib mir das. Mir kommt nichts mehr nachgerannt. Ja, hab auch alles ich habe gekriegt. Nein, das kann ich machen. Ich habe gerade was abgefangen. Ich bin gerade fast tot. Was haben wir zu viel? Mach dein Schild an. Ja, dann brauch ich dein Schild mehr anmachen. Ja klar, easy. Das Schild brennt. Und hält gefühlt ewig. Ach, du brauchst doch mal wiederholt. Weißt du, ich versuche mich hier frei zu kämpfen und er klaut mir den einfach. Warum geh in die Hocke? Nee, nie da vor deinem liegenden Atta. Ey, ich muss nur mich so weit runter bücken, um dich aufzuheben. Boah, das Bückstück. Da hinten ist übrigens noch eins. Ey, ich mache gar nichts. Da, rechts. Ja, ich will mich erstmal heilen, hallo? Du machst gar nichts. Du bist ja nur den Gegner ins Gesicht gerannt. Ich wollte looten. Links von mir. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein dickes Ding. Ja, kämpf du mal. Dann kann ich noch welche Press abschließen. Bist du wahrscheinlich wieder fertig? Ja, natürlich. Weil ich schon einen eingesammelt habe, bin ich gleich fertig. Ich habe jetzt den zweiten. Warum hebst du den einen da nicht auf, du Blindfisch? Hä, ich war doch da gerade. Wahrscheinlich ist er für dich nur ready. Nö, der verschwindet doch. Da ist der nächste. Alter. Alter. Ernsthaft. Learn to play. Mistviecher hier. Nichts können sie. Nichts. So. Pflanzer sammeln. Artefakt sammeln. Ich bin fertig mit den Artefakten. Ja, der auch schon. Ich war ja noch nicht. Ja, natürlich. Gerade eben fertig geworden. Wir müssen hier rein. Geh du mal vor, Lady First. Ach. Du wolltest doch nur wieder deinen Prellbock vorschieben. Immer. Ah, so macht man Schaden. Weißt du? Abstauber. Weißt du? Sonst denkt der wäre ein großer DD. Komisch, dass die Mobs immer mich angreifen. Ich glaube, ich mache die meiste Aggro. Ja, bei einem Target macht das ganz viel Sinn. Es war zwei, aber ist okay. Wow. Eine war aber nach einer Sekunde tot. Weil ich drauf angegriffen habe. Ja. Und hättest du richtig auf den anderen angegriffen, wären die beide in einem halb von einer Sekunde tot gewesen. Die meisten werden Zeit gespart. Und du, bevor du angreist, war ich es halt. Hier bei mir. Hier bei mir. Wollen du hier, to help Jenny well? Wir hätten das Viech nicht killen sollen, was hier stand. Startwechsel, einfach auf Home-Start. Kommst du? Ja. Ich habe nur gewartet, bis da stand. Join Instance. Kannst du nicht mal schneller quatschen? Hey, der hat sich jetzt nicht geheilt, die Ratte. Vielleicht macht mir da keinen Schaden. Das sagst du. Ja, was muss ich da sagen? Hm. Äh, komm. Ich nehme alles mit, genau. Ich komme, wir sind auch Rehe und Ehren mit der Wacken übergeben. Ja. Oh, das ist ein, äh, Dings-Mob. Äh, Diamanten-Boss. Hm, ich kriege gerade ordentlich auf die Fresse. Ich muss das Schilder machen. Ne, ich habe noch CD. Weil ich gerade 25 Mobs getankt habe. Ah. Tolle Sachen. Irgendwo bei einem der Mobs müsste ein Prison Key sein, übrigens. Hast du? Ja, ich auch. Mach mal was. Ich bin da weiß, siehst du. Das bringt nichts. Was? Ja, was du da getan hast. So. Klick dann. Also, wir klicken. Ja, das bringt nichts. Ich will aber los, komm. Der Gefangene ist übrigens, dann kommt, aber irgendwie ist da noch was. Achso, das ist wahrscheinlich außen. Ja. Ach, geh weg. Moment, ich geh weg. Du sollst aber genau rein, ne? Ja. Ja, wir müssen ja auch hier hoch. Ja. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Und warum? Weil ich mehr angesammelt habe, als ich vertragen kann. 2. Ach, ne. Ich dachte, das wäre mehr. Ne. Dann greift doch mal an, wie wäre es damit. Wovor ich umfälle. Mach ich doch mal so. Alles kein Problem, der Babo regelt das schon. Tü-tü-tü. Alter, das sind eindeutig so viele Gegner hier. Das wäre echt so. Ich fühle mich echt wenig an, ansonsten. Eine Höhle, die nächste Höhle. Solange du nicht so viele Fallen auslöst, wie sein Helferchen. Du bist aber ein Helferchen. Hahaha. Wer ist der Große mit dem coolen Hut? Indiana Jones? Ja, ich. Ach. Erz. Eins. Nein, nicht Erzi. Was? Gib mir das. Sprengstoff. Ähm. Dann werde ich das da hinlegen. Und dann macht der Atapum. Ha. Fertig. Haha. Komm, hopp. Ja. Auf der Fuß. Ach, schwierig, die Wand teleportiert. Das kannst du gut. Wolltest du erst die Fallen machen? Oder was? Was? Bevor wir zum Stützpunkt zurückgehen. Ah, nee. Wir müssen eh hier unten nur hin. Ach, geh weg. Jump, 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 oh. Don't scare. Hello. Tch, 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 tch. Schlechter? Besser. Wuhu. Alter, weißt du, mach mal das. Ach, du kannst nochmal das machen. Und dann das. Das, das, das. Das. Also, anstatt es aber sagen, wir haben eine Aufgabe. Hier hast du einen Zettel. Mach das alles. Und wir kommen wieder. Ja. Hier. Ich gebe dir mal ein bisschen Intelligenz. Und ein bisschen Weisheit. Das hilft vielleicht. Allt, intelligent und weiße war ich schon mal ein Leben lang. Ich glaube nicht. Dass du ein Leben lang alt warst. Hier können wir ja noch eine Quest abgeben. Beim Teleporter. Dann habe ich hier oben noch eine Quest. Nee, da habe ich nichts. Ich habe nur hier was. Da habe ich nichts. Hier habe ich ein Massaker. Wo man X gerade ist. Wow. Massaker ist jetzt nicht gerade. Hier, nehmen wir das an. Du hast die Quest. Klar, musst du da was haben. Dann habe ich schon abgeschlossen, weil ich habe da nichts. Mach mal ein X bitte weg. Da ist bei mir nichts. Da. Dieses Gebiet. Da ist ein gelber Kreis. Wie heißt die Quest? Was steht denn da? Irgendwas mit Fallen muss die bei dir heißen. Und du sagst, er sagt bei mir, dass du auf der Quest schon bist. Fallensteller. Hilfe. Fallensteller. Ja. Repariere. Äh, repariere. Hä? War nicht markiert. Ja. Er hat schon viele Quests rechts. Ja, wir sind immer noch in der Innish. Und irgendwie wollen die da nicht so wirklich. Das wird seit, dass du ein Heiler machst, Atta. Pff, was kannst du das für du machen? Nee. Das haben wir schon ausprobiert. Das funktioniert nicht. Ich habe damals auch nicht mit dem, äh, mit dem, ähm, dem Dings gut hangen. Wheee. Falle. Die ist repariert. Da. Falle. Und, äh, hier sind auch Massakerquests. Wölfe und, äh, Panther. Das ist auch immer. Kau dich. Ich hab's mal hauen. Oh, hier hast du eine Quest, du ich gerade. Ja, ich bin unterwegs. Und ich bringe Wolf mit. Ich kann sie auch nicht teilen. Ich kann sie nicht teilen, sag ich. Habe ich mir schon fast gedacht. Wow. Er erinnert einfach weg mit dem Questgeber. Ich will einfach loslaufen, weil ich auch nicht was er am Vorrat. Er stirbt einfach. Machst du bellen? Ich spiel hier auch nicht. Lauf, was stehst du denn jetzt hier rum? Gibt es irgendwas umsonst? Der klappt ja wieder alle an. Jetzt noch da weiter. Irgendwie nervt der Typ. Ich. Hier, loot mal. Hat auch noch was zu tun. Loll, du hast gerade eine Falle repariert, ne? Mhm. Hat für mich mitgezählt. Wow. Oh, ein Frosthase, süß. Und er legt ihn erstmal um. Ja, und hat eine Hasenträder durchbekommen. Yeah. Wo ist denn der Typ hin? Wieder zurück, an der Punkt, wo er war. Ah. Warum? Weil Quest hellig. Wow. Schwach. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Er hält mich nicht an. Der Kleine ist. Der Kleiner fallen da, die wir mal anschärfen könnten. Hast du dir die Falle? Äh, die Falle ist doch fertig? Nein. 4 von 6. 5 von 6. Aber du willst auch, äh, falscher, äh, die Radius und so, ne? Lass mich doch noch nur diese Falle entschärfen. Ich bin sofort da. Hat ich für dich gezählt? Nee. Das passt doch zu weit weg, verdammt. Guck mal, ob ich hier noch eine finde. Ach komm, helfe ich dir erst mal, das ist wichtiger. Passiert doch nichts. Ja, komm, aber... Ach stimmt, die Viecher haben wir ja alles weggemacht. Kann ja durchlaufen. Fertig. Ja. Applaudiert an mir. So, guck mal. Du bist außerhalb des Gebietes. Ja, ich seh ja nicht. Ja, ich suche Fallen. Ich kann ja nicht mehr. Ich hab mir Moris fest fertig. Richtig. Richtig. Da. Ja. Gleich dünste ich dich. Dünste ich dich. Nicht kochen. Das sind mindestens Fittlichkeit unterschieden. Weißt du eigentlich, dass ich das heute schon einmal von dir gehört habe? Heute? Ja. Ja. Was hast denn du geguckt? Ähm, ich hab nichts geguckt. Ich hab ein Video von mir genommen. Um es für ein anderes Video zu benutzen. Also eine Passage. Und da war genau eine Auswahl mit dabei. Äh, okay. Ich muss mir das noch alles einfallen lassen. Ach, ich muss noch sechs von den Viechern. Das heißt ja, ich wiederhole mich. Das geht ja gar nicht. Ich muss davon noch sieben. Ne, fünf. Eben hier. Mit dem Panther. Habe ich noch nicht so viele gehabt. Und manche Witze sind halt, äh, auch nach Wiederholen noch witzig. War toll oder nicht schlecht. Das ist, äh, tatsächlich so. Was ist braun und ist im Gefängnis? Eine Knastanie. Ah. Au. Oh Gott. Ja bitte. Ah, der war low. Ah, der war so low. Mir fehlen immer noch zwei Füßen, äh, Antan. Ja, mir. Auch noch. Keine mehr. Ah, weißt du was mal wieder Zeit ist? Ha? Ich geh mal auf Brutwacht. Ja, hier ist gleich einer. Und hier ist eine Pflanze. Naja, der Rock. Auch die Idee, falls du so haben willst. Ich bin direkt in so einem Panther gespawnt. Auf Brutwacht. Eiskalt. Hat er für dich gezählt? Ja. Ja. Easy, easy, easy. Du machst nur so ein Schnicksal über Pflanzen, oder? Mhm. Ja. Ja, ich hab's doch gesehen. Bei dir weiß man nie. Das wird auf der Minimap angezeigt. Mir nicht. Ich weiß, du machst ja auch nicht so ein Quatsch mit Pflanzen. Richtig. Das ist ein Eichhörnchen. Willst du das auch umlegen? Nein, habe ich schon. Nicht. Nee, gar nicht. Aber dem kann der noch nicht. Eichhörnchen des Todes. Wo? Nix drin. Doch, eine versteckte Anomalie. Wow. Was hab ich gerade aus dem Hasen gekriegt? Einfach mal nichts. Ist auch nicht schlecht. Ist doch, doch schon ziemlich schlecht. Nichts ist besser als Schulden zu machen. Oder was zu geben, sag ich mal so. Ah. Good to finish. Accept. Ja. Sprecht mit Gebaya wieder in Freistaat. In Freistaat. In Freistaat? Ich fahr doch nicht durch in Freistaat. Hallo? Dann fahr halt nach Freiburg. Ich bette, da tut sich nichts. Freistaat ist Klana-Gebiet. Hallo? Was für ein Gebiet? Klana-Gebiet? Geplica. Ah, falsches Spiel. Ah. Vanity Exos. 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 Willst du nicht? Ja. Willst du nicht? Schiff. Stirbkartoffel. Fertig. Hier läuft einer von mir her. Da mach ich noch. Ich bin fertig. Die arme Katze. Du hast die Katze gekillt. Ich wollte es aber sie war schon tot. Du hast die Ausgeburt der Hölle. Ach, wie nennst du mich? Die Katze. Katze zum Dümmsten. Ist jetzt fertig? Ja, ich warte auf dich. Du gehst falsch. Nein. Ich gehe umständlich. Und nicht falsch. Ja, doch. Das ist mir egal. Ja, egal, egal. Auf nach Whitefall. Ach so, das ist hier nebenan. Wow. Ja, komm. Füge mich mal in Versuchung. Irgendwas Skeptiker unsauen. Ich würde sagen, dass wir aber erstmal einen kleinen Cut machen. Denn wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch weiterhin viel Spaß. Schaut in unsere anderen Videos. Und den Link zu dem jeweils anderen findet ihr unten in der Beschreibung. Tschau. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.